Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Viel Glück an alle. Glauben Sie an eine Entführung? Na los, Bewegung. Es ist egal, was ich glaube. Schlimmer ist, dass alle das glauben. Niemand weiß, wo er ist. Ich habe überall gesucht. Keine Sorge, man wird ihn finden. Das muss schwer für Sie sein. Aber da ist was faul. Wo waren Sie zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr? Was ist denn los, Mama? Die Polizei war heute am Laden. Wenn er unschuldig ist, warum schweigt er dann? Wir sollten ihn finden, bevor uns hier alles um die Ohren pflegt. Wir beide haben ein kleines Geheimnis. Was für eine schmutzige Geschichte. Wir leiden alle darunter. Man hat das Gefühl, die Wahrheit ist da. Ganz nah. Man muss nur die Hand ausstrecken. Die Schweiz være die Ohren. Auch laßen Takane. Ganz nah. Untertitelung des ZDF, 2020